ja so weiter und ja dies ist meine reaction auf bachelorette folge vier ja ich sag mal gleich also einmal weil ich von sprung in urlaub bin und weil mich die sendung auch echt irgendwie ganz schön abgefuckt hat habe ich jetzt heute keine szenen reingeschnitten mache ich aber bestimmt beim nächsten mal wieder und wollte einfach mal beschreiben ja was ich so gesehen habe und wenn ihr es auch gesehen hat würde mich auch mega interessieren wie ihr das seht weil ich fand es irgendwie weird muss ich ganz ehrlich sagen also okay situation war dass die chiron ja das nächste date halt angesagt hat hat fünf männer mitgenommen und das war ich ist ja sowieso wisst ihr eigentlich wo das gedreht ist man ich war ja auch schon mal in thailand aber das sieht ja echt irgendwie geiler aus als wo ich war ich war auf diesen inseln und weiß nicht das mehr süden von thailand also auf jeden fall echt sehr geil die haben dann so ein bambus floßfahrt gemacht im strömenden regen fand ich eigentlich ganz amüsant so was irgendwie ein bisschen seltsam war also es passen halt immer so maximal zwei leute auf einen floß und ja und dann hat von diesen fünfen hat die schütteln halt nur mit zwei gesprochen und dann ja haben sie irgendwie lunch gehabt weiß ich nicht und dann hat sie auch wieder mit einem von den beiden gesprochen mit dem umut nämlich und ich weiß gar nicht ob sie denn da auch schon geküsst hat auf also wenn nicht dann mal kurz davor und mit den anderen dreien überhaupt nicht so das heißt die sind den ganzen tag im strömenden regen da mit ihr gefahren konnte eigentlich gar nicht mit ihr groß mit ihr reden weil die flüße natürlich auch relativ weit auseinander waren und und schon gar nicht irgendwie eins zu eins gesprächen haben sich dann waren da hinterher schon abgefragt weil sie gedacht haben warum zur hölle sind wir da überhaupt mitgekommen was soll der schatz irgendwie und konnte ich total verstehen muss ich wirklich sagen irgendwie ja schon klar sie kann natürlich machen was sie will aber also das zieht sich jetzt auch durch die ganze folge dass ich finde dass sie sich wirklich sehr um sich gedreht hat so ohne gut ich weiß ich auch nicht mein gott was kommt von ihr was sind vielleicht regie weiß ich natürlich auch nicht aber ich nehme es jetzt mal so als wenn sie da auch einen einfluss hätte so und dann nächste date das ist ja auch so eine art von date wie ich das hatten sie letztes mal bei der bachelorette glaube ich auch schon gemacht irgendwie was natürlich jetzt da wieder eine schauspielerin haben da gab es mussten drei männer schauspiel einlage machen es waren allerdings zehn männer in der villa das heißt wer vor allen dingen nicht eine sekunde sendezeit hat war basti also das auch kleiner spoiler am ende rausgeflogen das habe ich überhaupt nicht verstanden ich finde das älter coolste von allen irgendwie klar einen komischen job okay aber super lässig entspannt drängelt nicht und sie ist da so am strugglen mit mit manchen leuten die irgendwie drin bleiben aber basti vielleicht raus kann man gesagt ist alles okay aber das wurde überhaupt nicht erläutert wieso und warum wieso muss ich gesagt muss ich auch nicht aber ich fand ja habe ich auf jeden fall daneben gelegen aber ich konnte es auch nicht irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar so weiß ich nicht gut also dann waren sie zu dritt aber diesem schauspiel date und jetzt weiß nicht war das bachelor oder bachelorette da haben ja mal so ja hier reality nicht reality tv irgendwie hier diese telenovelas irgendwie nachgespielt das war auf eine gewisse art vielleicht ganz witzig aber jetzt sollten so weiß nicht ob sie sich das ausgedacht hat so szenen gespielt werden wo es auch wieder nur um sie ging mehr oder weniger und zwar einmal diese stelle aus wie heißt der love actually dieser weihnachtsfilm was kann ich auf deutsch heißt diese szene wo er dazu kira knightley dann die tür kommt und sie hat den freund im hintergrund und er zeigt ihr mit tafeln dass er sie liebt also mussten die männer diese tafel malen und sie hat sich das sozusagen nur reingezogen und zweite aufgabe war dass man sie nackt malen sollte ich meine gut die meisten männer können glaube ich nicht gut malen und selbst wenn ich meine sie war natürlich weiter angezogen keine ahnung dritte aufgabe ich auch irgendwie total wo jetzt weiß ich sie hatten da so eklige spaghetti und sie sollten halt so eine spaghetti essen und so aufeinander zu so ne ok also fand ich vom date her schon nicht so cool und ja sie hat dann halt so basically also mit zwei irgendwie rumgeknutscht wo wir jetzt glaube ich schon bei also am ende der sendung wenn wir auf jeden fall bei 56 leuten mit denen sie jetzt schon rumgeknutscht hat so dann auch so irgendwie ich meine die haben das jetzt nicht schlecht gemacht vor allem dieser immanuel ist er nicht immanuel aber immanuel fand ich hat das wieder irgendwie gut gemacht absolut aber irgendwie ist sie auch so knutschig halt jeden was soll's und und das ist auch so ein bisschen wie gesagt das ist jetzt überhaupt keine wer wirklich keinerlei wertung aber sie benimmt sich halt erst mal so oft wie so ein kumpel irgendwie ist halt so eigentlich häufig so wie man sowas von männern aber also männer kumpel wie läuft's geht's und finden wir ja auch immer geil wenn eine frau so ist also die finden finden das ja schon auch ganz gut aber sie ist echt also sie ist echt schlimmer als als ein bad guy so ich meine auch muss man jetzt auch nicht werten aber ich habe mir so überlegt wo man ja häufig ausgerastet ist wenn der bachelor da mal ein paar mehr geküsst hat also das sieht er schon track record den habe ich glaube ich so noch in keiner sendung gesehen und das wirkt halt auch so komplett beliebig jetzt so viel gesagt aber man man sieht die entwicklung irgendwie nicht weil es also es wirkt wirklich so völlig bad guy mäßig wie ein bad guy knutschig halt die knutschig die mal gucken wie das ist und dieser immanuel der ist echt verknallt in sechal immer so und dann holst du sich den noch mal extra raus dann haben diese nach diesem dreier date haben die dann noch gegessen und da sagt sie immer auch knallhart so ja klar wir haben uns herum geknutscht aber macht sie jetzt bloß keine großen erwartungen sind mittendrin da muss jetzt mit klarkommen dass sie auch andere knutsche ist eigentlich wie gesagt eigentlich ehrlich so aber ich glaube wenn das man gemacht hätte wird das echt irgendwie krass ankommt meiner frau weiß ich nicht jetzt keine ahnung wie seht ihr das wird so durchlaufen gelassen vielleicht aber auch nicht gibt ja jetzt noch keine reaktion darauf aber ich fand es weiß ich nicht das war also überhaupt keine anstalten dass sie sich da irgendwie auf irgendjemand fokussieren will redet auch gar nicht drüber sagt so einfach so knallhart also jetzt heißt noch gar nichts so ungefähr und war also wo man im echten leben echt sagen würde also wird man bestimmt nicht sagen relationship material auf jeden fall aber gut ist ja okay das war das und dann wurden noch mal gab es noch mal ein weiteres date was da nicht zustande gekommen ist wegen schlechtem wetter wollten die paragliden und da waren sie zu zweit und ja da hat sie sich auch um einen wieder rausgesucht sie lassen auf seinem werk sucht sich einen raus knutschen mit dem rum der andere sitzt da ein paar meter weiter so ungefähr und muss sich das so reinziehen irgendwie und ich weiß auch ich fand es irgendwie also mich hatte ich also ich weiß noch nicht ob ich das so richtig in worte fassen kann aber ich hatte es so richtig abgefragt irgendwie ich weiß nicht also hundertprozentig weiß ich auch nicht warum vielleicht auch mit mir zu tun ich weiß es nicht aber also wie gesagt die man kann ja sie ist ehrlich sie ist auch irgendwo sympathisch sieht irgendwie gut aus also ich würde glaube ich einen riesenbogen machen wenn ich die im alltag treffen würde um die frau das war es mich für das so anträger aber egal wenn muss ja nicht mehr gefallen ja also wie gesagt was ich auch schon die ersten folgen gesagt hatte es wirkt oft so als wenn sie aus einer männlichen polarität hätte da wie gesagt alles in ordnung gleichzeitig frage ich mich aber was was sie sucht weil sie sucht jetzt nicht so ein gegenstück dazu irgendwie ein mann der in einer weiblichen polarität ist und sondern ist einfach so krass also wie könnte es auch manchmal ein anderes wort benutzen der young polarität aber sie ist einfach so krass da drin dass kein mann da irgendwo was entgegensetzen kann so richtig glaubt ja der wer es wirklich gekonnt hätte wäre glaube ich der bastille gewesen der wird rausgewählt und ja und sie dominiert das ganze so dass die männer echt alle obwohl das bestimmt keine meine sehen alle gut aus und ja wirkt das für mich nicht so als sie übermäßig schüchtern oder wenig selbstbewusstsein hätten aber die kriegt fast alle dazu dass sie da rumzittern rumwibbern das hatte ich auch mit den männern zu tun aber ich weiß nicht vielleicht versteht die worauf ich hinaus will also und es hat irgendwie hat es dann auch nicht so einen so einen spaß gemacht was nicht das zu gucken weil das war so wirklich natürlich ist das eine fake welt aber irgendwie will man sich ja so ein bisschen reinversetzen dass es vielleicht wirklich darum geht jemand zu finden so ein bisschen zumindest und nicht nicht nur die schönen bilder und das war wirklich so als wenn so ein typ in der disco jetzt grabe ich mal die an jetzt grabe ich die an jetzt knutze ich mit der und knutze ich mit der rum und aber richtet euch bitte alle nicht auf irgendwie wenn ich mit zehn rumknutsche wie gesagt ein stück weit geht natürlich auf kosten der sendung weil das gar nicht anders geht verstehe ich absolut aber da muss ich schon jemand echt finden wo es wirklich passt das wird nicht einfach glaube ich und nicht wie gesagt dass es nicht genug gibt die sind nicht attraktiv finden aber wo das passt der 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 weiß ich nicht der genug entgegenzusetzen hat der sich dann nicht klein fühlt und dann wo sie dann von abgefuckt ist womöglich also könnte ich jetzt eine idee kriegen warum sie lange single war okay das wissen wir jetzt war nicht acht jahre sondern dazwischen war noch mal da muss man also ich bei ihr hätte ich auch die frage ob sie überhaupt eine beziehung weil sie das einfach so krass angeht irgendwie aber gut vielleicht sollte ich meine letzten illusionen dass es da sind sendung um irgendwas reales geht vielleicht sollte man die einfach aufgeben und es einfach als unterhaltung sehen nur es nimmt ein bisschen und die haltung das ist das problem in diesem sinne ich bin gespannt auf eure kommentare und wir sehen uns bald wieder